Heute ist Sonntag, der 14. Juni 2009. Ich stehe hier auf Rügen, in der Nähe von Dranske. Hier ist wieder so ein schönes Wohnfeld. Da kann man mal die ganzen Farben hier sehen. Blau und wo es sich hier richtig mischt. Wir haben uns heute hier ein Wohnmobil gemietet. Ich bin hier mit Heidi. Jetzt erst mal hier fahren. Jetzt machen wir auch noch ein paar Fotos und ein bisschen Video hier. Ja. Toll. Die Tür wird so. In der Nachmittags Sonne funkelt und sich so bewegt. Schöpfer. Das war's hier. Ich werde das Wasser zusammengehen. Genau.